Hallo Freunde von Hongkong City Tours. Heute bin ich im Viktoriapark. Hier laufen die Vorbereitungen für das Herbstfest mit Ort im Festival. Ich werde euch noch mehr darüber erzählen und ich zeige euch die Dekoration. Das Fest ist mit vielen Laternen verbunden. Wir kennen das vielleicht noch aus unserer Kindheit mit Laternen laufen. Das wird auch hier so gemacht und ich zeige euch die halt die ganze Dekoration und auch ein bisschen Hintergrund zu den Sachen. Wie immer könnt ihr dann auch die Information unten im Video finden. Da habe ich dann ein bisschen mehr geschrieben. So genießt es wie immer. Viel Spaß! Hier zeige ich euch eine typische Leckerei zum Herbstfest, den Moon Cake. Musik 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 Liebe Freunde, das war wieder eine Ausgabe von Hongkong City Tours. Heute mit dem Ortem Festival, mit Ortem Festival oder Herbstfest, vergleichbar mit Thanksgiving oder Erntedankfest. Ich hoffe es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Bye Bye!